Krieg-Unterricht und Spaß. Ist das ein Progerund? Chemie. Das ist nicht Chemie. 100 Pro. Kann ich meinen Chemieordner zeigen? Was denn? Du musst jetzt hier hochfahren, und dann kann ich ihn von hinten töten. Radioaktivität. Ich hatte sogar ein Bio. Als wir Atome behandelt haben, haben wir herausgefunden, wie er Atome entdeckt hat. Und das hätte ich halt speziell von Alpha, Gamma und Beta-Strahlen gemacht. Hat der doch mit so einer Fotoplatte gemacht, ne? Ja, genau. Irgendwas sowas. Wie hieß der? Curie? Mein Curie hat die Radio-PD direkt. Den nächsten! Ey, Kinky, was ist das? Wie man Bärche fahren mit dem Ding und dem...